Guten Morgen, Ewa. Ich bin Lorenz. Ich freue mich, Sie kennenzulernen und um dieses Video zu machen. Ich hoffe, es ist hilfreich für Sie. Okay, jetzt fangen wir an. Schauen wir mal, was wir haben jetzt. Das ist eine Ufo 400-Liste hier. Und das ist unser Catalog. Und mit Ufo 400-Liste hier. Und hier ist unser R4 Papier für Schreizimmer, Ufo 400. Okay, jetzt fangen wir an und testen. Oh, es gibt auch meine Brille. Schauen Sie mal, es ist Ufo-Liste. Und mit dem Licht vielleicht 4, 5 oder 4 Sekunden. Okay. Schauen Sie mal, es ist dunkle Zeit. Also dunkle Zeit werden hier. Dann kann ich immer. Okay. Dann kann man okay. Jetzt benutzen wir unsere Folie hier. So. Das ist ein R4 Papier. Hier. Dann legen wir unsere Folie an und noch mit dem Licht. Okay. Noch 5 oder 4 Sekunden. Okay. Schreizimmer. Okay. Dann gehen wir jetzt mal. Dann geht's mal. Okay. Wir haben jetzt schon wieder die Folien und Sunkse catalog. Ich bin jetzt schon mal. Okay. Ich bin jetzt hier in der Gleis. Ich bin jetzt hier. Das ist. Okay. Okay. 4 oder 5 Sekunden. Schrei sie mal. Alles klar. Ganz klar, wir sind normal und kein dunkler. Okay, das ist April. Ich hoffe, es ist ein Preis für Sie. Danke und schönes Tag.